Im heutigen Schraubel, du bist absolut episch, denn heute werden wir auf knapp 5000 Trophäen den X-Bugens spiegeln und ihn somit Level 16 haben und ein paar Gegner komplett abfangen. Schreibt gerne in den Kommentaren, mit welchen Karten ich das als nächstes machen sollte und natürlich auch gerne den Kanal kostenabonnieren, wenn ihr solchen Content feiert und natürlich auch sehr, sehr gerne an Creator Good Morning im Shop denken. Und ich bin wirklich gespannt, ob unsere Gegner Rage quitten werden. Wir spielen nicht gegen die besten Gegner aller Zeiten, das heißt es wird unfassbar lustig. Auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, wenn ihr mich supporten wollt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, Leute, sind wir im ersten Game und unser Gegner ist tatsächlich Level 14 auf 5000 Trophäen. Also entweder er hat noch nicht Clash Royale die Season angefasst oder er ist einfach Hard Trash. So, wir spielen unseren Ritter mal rein, mal schauen, was er macht. Spielt einen Baby D rein, okay. Dann würde ich sagen, wir bringen meinen Tesla rein, jetzt zieh. Okay, es wird auf jeden Fall interessant, ob es überhaupt möglich ist, den X-Bugen zu spiegeln. Weil ich meine, okay, wir bringen meinen X-Bugen rein. Weil ich meine natürlich, er wird ein, zwei Antworten haben, aber es sieht nach einem Graveyard-Deck aus, okay. Nevermind, es sieht nicht nach einem Graveyard-Deck aus. Aber wir haben jetzt unseren Tesla, oder bitte, der Tesla ist draußen. Jetzt kann ich vielleicht hier mal einen X-Bugen reinbringen und dann vielleicht arbeiten mit einem Feuerball. Ich bin mal gespannt. Die Frage ist, wo bringen wir den X-Bugen? Oh, was war das für ein Poison? Spielt er einen Space-Cycle-Deck oder was geht bei ihm? Aber der Poison war auf jeden Fall gar nicht gut. Und wir loggen hier einfach mal, er kriegt die Queen-Ability nicht gezündet. Wir kriegen den Dritte rein. X-Bugen Level 16 ist an seinem Turm. Er ist nicht der Bestspieler aller Zeiten, aber genau deswegen feiern wir diese Challenge, richtig? Wenn wir gegen die besten Spieler der Welt spielen würden, wäre es extrem schwierig. Aber ein paar unterlevelte Spieler, nicht mal, unterskillte Spieler, ein bisschen trollen, klappt ja anscheinend ganz gut. Tower ist schon auf 1400 AP und jetzt werden wir natürlich anfangen, wie ein richtiger X-Bugenspieler zu spielen und werden uns eintillen. Ich bin gespannt, ob er es hinbekommt, zwei Defensiv-X-Bugens zu stacken, daher Poison hat es, denke ich, relativ schwierig. Aber ich glaube, was wir jetzt machen werden, ist einfach ein Defensiv-X-Bugens spielen, um den Babydrain zu tanken und er will wahrscheinlich wieder sein Tesla spielen. Und das heißt, wir können gleich wieder mit unserem nächsten X-Bugen reingehen. Richtig geile Taktik, funktioniert jetzt sehr gut. Vielleicht bringen wir den X-Bugen lieber so, außer der Tesla stirbt bis dahin, damit der X-Bugen halt nicht vom Tesla angegriffen wird. Hm, aber wir dürfen ja keine Karte zeigen, weil sonst haben wir den X-Bugen nicht mehr in der Rotation. Ich würde sagen, wir bringen meinen X-Bugen so rein, mal schauen, was er jetzt hat. Er bringt in dem Moment die Queen nach hinten. Und der X-Bugen ist wieder dran, was? Der arme Level 16 X-Bugen schwendet den Turm halt komplett und wir müssen ihn nicht mal mal protecten. Okay, jetzt würde er wahrscheinlich gleich reingehen. Was wir jetzt machen, wir jetzt einfach hier einen Ritter spielen plus Feuerball, das ist ganz nice. Jetzt kann ich hier einfach Arches bringen und selbst wenn er jetzt einen Poison bringt, das wird nichts bringen, wir könnten es nur unsere Arches noch spiegeln. Tesla jetzt so rein. Ice-Gast so rein. Und wir kriegen das Gefühl, Floorl ist verteidigt, was? Der arme Mann, der arme tut mir wirklich leid, der hat einfach gar keinen Bock mehr. Wir spielen gegen Level 13, wenn der erstmal ein Level 12 X-Bugen spielt, dann denkt sich so, okay, alles gut, wir haben wahrscheinlich den Level 14, dann kann ich vielleicht etwas, ja, aggressiver spielen. Edgy Badge geht nicht, weil dann hauen wir den Level 16 X-Bugen raus und genau den Level 16 X-Bugen schwendet ihn halt kommen. Wir bringen hier einen Feuerball rein. Lohnt sich extrem, weil der andere X-Bug noch mithilfen. Ihr könnt hier sehen, der X-Bug ist komplett am Turm. Ich kann jetzt hier einfach mit einem Ritter spielen, kann jetzt hier ein Ice-Gast bringen, kann jetzt hier einfach die Archers bringen. Und ihr könnt hier sehen, eine andere X-Bug holt gefühlt den anderen Turm auch schon. Wir warten jetzt ganz kurz, er wird gleich noch ein Nado bringen. Wir holzen hier einfach GG, das war er played. Erster Sieg, komplett easy. Der X-Bugen Level 16, der arme Digga. So Leute, nächstes Game gegen Eric, beziehungsweise Eric, ich glaube, er wird Eric ausgesprochen. Wir geben uns Good Luck. Das Geile ist an Eric, dass er unterlevelt ist. Das heißt, er ist schon mal Level 13, das könnte auf jeden Fall schon mal lustig sein. Er bringt auch direkt eine Cannon an die Brücke. Eric hat auf jeden Fall Bock. Haben wir X-Bugen und einen Spiegel auf der Hand? Haben wir. Cannon Card ist raus, heißt, wir bringen auf jeden Fall mal unseren ersten X-Bugen. Ich bin gespannt, was er macht. Wieder ein Tesla, das erinnert mich irgendwie an das letzte Game. Okay, jetzt bringen wir seinen Barbell raus. Cannon Card Barbell Tesla ist draußen, das ist auf jeden Fall geil. Wir bringen euch die nächsten X-Bugen, haben dann auch Icegeist Log im Support. Und werden auch gleich die nächsten Ritter haben. Das könnte auf jeden Fall wieder sehr, 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 sehr geil werden. Ich würde sagen, wir warten kurz, ob er irgendwas macht. Wir sollten aber eigentlich auch einen Elixiervorsprung haben. X-Bugen rein. Oh mein Gott, der Sekunde bringt einen Golem. Der Arme. Icegeist, damit der nicht Reset, genau. Das Geil ist an dem X-Bugen, er holt nicht nur den Turm. Er wird jetzt auch noch in der Defensive helfen und wird wahrscheinlich, wenn ich das hier richtig erkennen, den Golem komplett wegschnetzeln. Level 16 X-Bugen, mehr Damage, ist auf jeden Fall geil und mehr Leben. Schnetze jetzt hier den Golem komplett weg. Jetzt können wir Easy in den Ritter bringen. Hier bringe ich jetzt einmal einen Feuerball rein. Ihr könnt hier sehen, der Level 16, der Level 16 X-Bugen holt den Turm und killt gleichzeitig auf den kompletten Golem. Geil. Einfach geil. Und das Game ist gefühlt jetzt schon wieder gewonnen. Das ist das, was wir sehen wollen. So, Loinies Gaming, Gird Your Loins. Okay, holy fuck, was ist das denn bitte? Viel Glück auf jeden Fall an ihn. Ähm, Icebird rein. Okay, mal schauen, ob wir diesmal wieder mit dem Level 16 X-Bugen was machen können. Auf jeden Fall krass, dass wir auf 5K schon Level 14 Gegner facen. Ich meine, das ist, denke ich, euer Punkt, warum viele von euch Clash Royale hassen. Ich kann es jetzt mittlerweile nachvollziehen. So, Feuerballock. Sollte die Hexe killen, obwohl man Feuerball Level 13 ist, denke ich. Okay, gucken, was er jetzt macht. Okay, Babydrink rein. Archers plus Icegeist. Sollte eigentlich ein guter Play sein. Aber wir bringen einfach einen Tesla rein. Plus Icegeist. Ich hoffe, der Icegeist wird nicht gewonnen. Schottet. Das wäre relativ uncool. Wird er nicht. Gute Defense. Mein armer Test Level 13 wird einfach Comet weggenudelt. Jo, der Level 14 Miner knüppelt auch sehr, sehr gut. Also Miner wirklich over... Äh, ich meine Underweighteter. Alles klar, Bruder. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Underweightete Karte als Überlevelter. Also, wenn ihr einen Überlevelten Miner habt, der ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber ich meine, die meisten von euch haben nur Underlevelte Karten. Okay, wir loggen das jetzt. Perfektes Log. Bring jetzt den ersten X-Bogen rein. Mal schauen, was er jetzt macht. Ich hoffe, er committet noch was vor, die Hexe. Und jetzt einfach den nächsten X-Bogen direkt opposite lane. Weil er hat Kellix hier. Er wird niemals in der Lage sein, das zu verteidigen. Das ist sehr, sehr nice. Okay, Ritter rein. Bitte Ritter. Protected. Let's go. Sehr nice. Icegeist einfach so rein. Und wir kriegen das Floss vielleicht. Und wieder zum dritten Mal in Folge ist der Level 16. Der Level 16 X-Bogen am Turm. Und das wollen wir sehen. Das Geile ist. Guck dir an, was er jetzt macht. Jetzt entscheidet er sich dazu. Okay, das war extrem schlecht von ihm. Auch den Miner rein committed. Nein, wir haben den X-Bogen gefehlt. Ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür, dass ich den X-Bogen gefehlt habe. Oh mein Gott. Nein. Wir haben den X-Bogen gefehlt. Das wäre der Turm gewesen. Egal. Das war gut. Weil jetzt haben wir den defensiven X-Bogen gebracht. Der hat meinen offensiven X-Bogen support. Das ist Fyferd Royale. X-Bogen rein. Das war eigentlich nur ein defensiver X-Bogen. Er hat eine Rakete. Das Problem ist, eine Rakete bringt nichts gegen den selben 60 X-Bogen. Er hat eine Level 14 Rakete auf meinen Level 16 X-Bogen geworfen. Trotzdem überlebt er und macht trotzdem ein Gefühl 1000 Damage. Klar, es könnte natürlich auch sein, dass seine Rakete Level 13 ist. Aber ich glaube eigentlich, dass es eine Level 14 Rakete sein soll. Vor allem weil auch jede Karte von ihm max ist. So, Tesla rein. Lock rein. Es ist so ein satisfying Gefühl, diese ganzen Noobs zu besiegen, ehrlich gesagt. Es fühlt sich so geil an. Vor allem weil die richtig räudige Decks spielen. So, eine Rakete auf meinen Turm. Okay, Bruder. Oh mein Gott. Er bringt einfach den nächsten E-Golem rein. Aber ich habe den nächsten X-Bogen rein. Wir verteilen jetzt den E-Golem mit einem X-Bogen. Habt ihr noch nie gesehen? Gibt wahrscheinlich auch Gründe dafür. Aber der Erfolg wird mir recht geben. Oh mein Gott. Was ein Holz. Lock nochmal rein. Wir können ja gleich die nächsten X-Bogen bringen. Kriegen wir drei X-Bogen aufs Feld. Das ist das Ziel. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Trotzdem relativ easy win. GG's well played. Geiler Sieg. Gegner. Komplett Müll. Bitte löscht das Spiel. So, ein nächstes Spiel dagegen. Fuad Kojnav. Ähm, Feuerball. Vor allem Level 13 gegen Handel Level 13 ist der hier ein okayer Play. Ähm. Aber mal schauen. So. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was hat er vor? Ähm. Ah. Arji. Ar, 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 ar. Arji. Tatsächlich nicht so geil, bin ich ehrlich. Aber mal schauen. Ähm. Ich erset mal ein Dings. Und bring jetzt noch einen richtig, richtig schlechten Fischer rein. Level 10 Fischer. Okay. Das ist jetzt der... Also wir fassen vorhin Level 14 Max Out Spieler und jetzt einen mit Level 10 drum. Ich weiß nicht, ob er aus Versehen in Leather gegangen ist. Aber irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. So. Ähm. Ich würde sagen, ich bringe jetzt meinen ersten X-Bogen rein. Ich hoffe, dass er ihn einfach over-defendet. Und dann bringen wir die nächsten, ähm, Dings rein. Okay. Guards und Hunter. Das ist echt gut. Hält er nur Guards gebracht? Ich wollte halt nicht loggen, weil hätte ich geloggt, dann hätte ich keinen... Okay. Hätte ich keinen gespiegeln X-Bogen. Das wird jetzt risky. Fragst du, ob ich genug exziert für Arji? Okay. Loggen wir. LOL. Der Minipäcker stirbt fast. LOL. Der Minipäcker macht gar kein Damage auf meinen X-Bogen. Level 16 wieder am Tor. Huuuuh. Icebird. Plus Archers. Der arme Bruder ist... Also, der X-Bogen hat gerade seinen Minipäcker gekillt. Das ist einfach richtig, richtig geil. Das sieht schon wieder nach einem richtig fetten GG, obwohl der Gegner Voyager hat. Klar, ein, zwei Level von ihm sind unterlevelt, aber wir haben jetzt auch kein komplettes Max-Stack. Unser Tester ist nur Level 13. Unser Ritter ist nur Level 13. Unser Feuerball ist nur Level 13. Unser X-Bogen ist sogar nur Level 12. Aber es juckt halt nicht. Wenn unser Level 12 X-Bogen immer schon so viel rausforst, dass er unser Level 16 X-Bogen den ganzen Turm nudelt, ist es mir relativ egal, welches Level mein X-Bogen hat. Wo können wir jetzt mal ein Defensive im X-Bogen rein? Er hat sogar den Erdbeben, was? Okay. Nächster X-Bogen rein. Ich bin gespannt. Wenn er jetzt den Royal Giant spielt, müsste der Royal Giant nicht theoretisch vielleicht sogar einfach sterben gegen meinen X-Bogen? Aber er entscheidet sich einfach einen Hunter reinzubringen. Der Hunter wird gefühlt gewoneshottet. Und er verliert. Er verliert der Fischer. Der Fischer wird nicht mal an den X-Bogen kommen, weil der X-Bogen mehr Single-Target-Damage macht als der Inferno-Turm und Inferno-Dragon in seiner Prime. Let's go. So Leute, hier sind wir im nächsten Game. Und wie gesagt, bisher war jedes Gewinn relativ easy. 2 von 4 Gegend haben aufgegeben. Der Rest hat einfach gar keine Chance. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter. Bogenschützen rein. Eisgeist rein. Okay, Ritter. Gegen seinen Dark Prince ist eigentlich relativ effektiv. Okay, ich bin gespannt, was er jetzt macht. X-Bogen vielleicht rein? Ne, das lassen wir. Holz. Level 14 sollte eigentlich relativ gut gegen seinen Mini-Paker Level 12 sein. Ich glaube, das ist kein Hit. X-Bogen rein? Jetzt wollen wir natürlich wieder, dass er irgendwas setzt. Ich hoffe, er setzt... Oh, das ist perfekt! Das ist perfekt! Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er setzt irgendwas, was ich nicht verteidigen muss, um dann mit den gespiegelten X-Bogen reinzugehen. Und das hat perfekt geklappt. Ich meine, er bringt jetzt die Level 12 Wallback. Da wird auch nur einer connecten, weil der ein Level unterlevelt ist. Jetzt geht es einfach den gespiegelten X-Bogen rein. Arches, falls du was hast, wie Inferneturm. Okay, er bringt eine Kanone rein, die instant ge-one-shotted wird. Und der X-Bogen ist once again am Turm. Was will er tun? Ritter rein. Und es ist einfach bodenlos. Es ist einfach bodenlos. Es ist einfach ein Witz. Guckt es euch an. Jeder einzelne Gegner wird von X-Bogen Level 16. Komplett zerstört. Diese Taktik ist absolut illegal und sollte von Cash-Raw verboten sein. Also X-Bogen Level 16, X-Bogen allgemein schon extrem räumtig. Aber X-Bogen Level 16 ist absolut unfassbar widerlich. Wenn euch das heute im Cash-Raw-Video gefallen hat, lasst dir einen kostenlosen Daumen nach oben. Da schreibt gerne eure Meinung zu dieser Taktik in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Und morgen, 15 Uhr, zum nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute.